hallo akkordi und auf der paar wir akkordi und verspreche und wir werden in unsere heimahe durchgehauen und in den nächsten heimahe wollen wir durchgehauen als von der angst von der angst los kommen und in diesem titel als das so sei dort der angst von der nenn kommen und wir sind auch in jürgen bei der kleinen pandemik, so sie würden sagen, wenn das alle geplant haben, das ist nicht bloß von salz oder von der natur uns ist dort gekommen, aber menschen haben das geplant, dass all diese pandemik, all diese angst so in uns nenn getrieben und das wora mir dort anlegen hat, ging von dieser angst zu lernen, wenn ich dort auch mit gekämpft und auf der ersten lach noch, dass ich immer mit sagen möchte, dass die angst nicht wird mich kontrollen oder dass ich die kontroll über dich habe und dass es in so grotet Gottvertrauen wird einer mit hahn verdorben, anders schafft das nicht und dass ich immer da, dass es dort so gehört, dass dort ein Gottvertrauen brotten wird und von der aus Marius, als ich die bibel auch mieten da, dann komme ich auf psalm 105 und ich dachte so, was von wundervoller Erfahrung, das ist, was uns rausgeben wird und das ist ein Leut, was König David sehen, da ist, als er die Arche, die Arche, die Arche of the Covenant, die Träge holen, da ist, und dort sind Leute, die sie sehen, da ist, und dort ist, und das ist, was Gott will hahn, er will hahn, wie sein am Sein, er will die Luft sein, er will die Ehr hahn, und dann sagt er, er will die Luft sein, er will die Ehr hahn, und dann sagt er, laut allem weiten, was er an dir getan hat, was hat Gott für dich getan in das letzte Jahr? Er hat so ein großes Ding in unser Leben getan, in unsere Familien, nicht bloß an uns sehen, aber mein Dad, und so steht so, wo wir viele Dinge können sein, was Gott sich bewegt hat an uns, ob er die will hahn, wir sollen da nicht von vertrauen, wir sollen nicht andere davon reden, und wir sollen da bloß von vergehen. Und hier ist dazu sagt er, sei der Menschen, wo Gott Gott dir ist, was von einem guten Ding hat er an dir getan hat, und dann sei, singt er an, wir sollen zu Gott singen, wir sollen am Präsen, singt, äh, Präsen weiter für an, und, äh, ihren, für was hat er getan hat, wir sollen sie nun verheirlichen, wo herrlicht er ist, und wir sollen eine Frau sein, wir sollen eine Frau sein, wir sollen mit Däupen, Fried an uns haben, und um anbeten, das ist was der dritte Vers sagt, der vierde Vers sagt, sieg den Hörn in seine Kraft, das ist was wir können tun, und das sagt er, sieg dich, sieg Gott seine Kraft in seine Gehen wird, wenn man will das tun, dann wird die Angst verlaten, und dann verlaat er auch rein Gott, wenn das für die Kraft dann ist, und dann sagt er, sieg am, zu alle Zeit. Denk an, am, was für eine Wunder die du hast, für die und auch andere, was für eine Wunderdinge du hast, das sind. Und dort ist ein wunderschönes Ding, wort dieser Psalmen hier so sein, das ist, einst du mal hier so, wie König David, wort der Ark of the Covenant treibringen, das ist, und aber, Gott war, dort wisseln, an den Stamm, lieren zu dansen. Ich werde in Fort Davis Bank, oder jahren, dort, ich einmal doose an der Office, wenn ich dort in die Hingeste Office nennen ging, dann sag ich den, oin Spruch, und dort seht, lieren am Stamm, te dansen, und da ist mir keinmal so viel wird geworden, als das letzte Jahr. Leren einen Sturm zu dansen. Und das wird Psalm 105 besonders utlendet. Wo einen Sturm zu dansen, wo Gott dankt zu sein für seine Wunderworte und anderen Menschen vertrauen, wo wundervoll und wo groß dein Gott ist. So, vielleicht hast du das nun in diesem Moment, wenn du in der Angst bin, du bist vielleicht in einer kleine Kalkun und ein kleiner Nas, totgekrempelt. In einer Art setzt du vielleicht. Und dort wird das dort, wenn wir eine Angst bin haben. Wenn wir die Angst haben, dann kostet das vielleicht nicht so ein, wo ein großer Gott das ist, dass dort ein goder Gott ist. Aber Gott hat wirklich uns gemerkt, dass wir uns vertrauen auf am Saaten. Und dort vertrauen haben, dass Gott als die Wunderworte, der wird die Wunderdead, der wird das anmeldet, kann meld mich an. Und das was wir hier erlebten, mit meinen Dad, dass er krank wird von Covid, und auch an jung. Und mein Dad sagt, dass er vom Tod abgestimmt. Er wird 30 delworte an, und schlug und die ventilator an, und die Maschinen, und alles an, er sagt, er ist vom Tod abgestimmt. Er ist von dem der hat seine Kraft, er kann weiter Dinge tun, er kann sein, er kann alle weh in selbst vorn, dass er einzig in Gott sein Wunder wird, dass er das von dem kann tun. und sehen, sein hart wird so groß, denn die Hand mit an und die hier dort sein dort und sein wird die kloppen, die schoften nicht, dem kein sein dort wird össentiden Hortschlag haben, und über Gott beweis sich doch eine Wunder war weich. Die Doktor ist nicht tätlich, weil der Jungen gemerkt habe, dass er nochmals ohne Tasten wiesen hat, und er wird so klien Stolz wird er thuis wird, er die Perlen und alles konnte ziehen leid. Das ist ein Wunder, das ist ein Wunder, und Gott bewies sich von der und nach kriegt so, als was er zu der Bibel teilt, was er hieß und das sein hat. Kriegt so, bewies Gott sich von der und nach, gläuft du dort, gläuft echt dort, wenn wir in diesen kleinen cocoon werden, wie ein einer Art nerngekrampelt sein, wenn wie so sei angst haben. So für was hast du von der angst? Du sind viele Dinge für was wir angst haben. Einst geht du mehr an sein, einst mehr an ren sein. Vielleicht hast du angst für fliehen, mit en jab fliehen, vielleicht hast du angst für und von app plodren, hast angst für gewitter, hast angst für allein sein, hast angst für alle wetter wenn vielleicht auf einmal sterken geblieben hingewer ist, hast du angst für wutter, hast du angst für blaut, es sind so viele Dinge für und noch viel mehr Dinge für was wir alle keine Angst haben, das sind bloß im Po von de in e e k up so du mit gestruggled und wenn wir nicht mit dem von die Kindheit an, die ding mit die Angst evakuieren, dann bringen wir das in unsere Jugendjahre hinein, wenn wir das noch nicht mit tun, dann bringen wir das in unsere eigenen hinein, und das gibt verholt und unsere eigenen partner weiß nicht, warum das was wir tun, oder warum wir das wie sind, denn wir haben viel mehr Dinge in uns Gott und unsere Säulebänen verstärken wo wir nicht mit geschauft haben und das gibt uns Trouble und wie kann ich wirklich frei sein wenn hier ist das so bin sei wie in einem kleinen Karkun in eine kleine Strahl bin und du bist das kleine Kind bin und hast noch immer mit Angst auf das sein merkt oder nicht in so färten wenn wir in das kleine Ding bin sein und wie ein dort abgeworfen sind da es vielleicht bin ding wird wie sein darch gön oder dort es einfach bloß für die grü ich weiß wenn ich ich immer aus eck nach wie in so drang rü drehen ohne so wiss beim Hahn schaft noch holl wie aber wenn ich tre ging dort ging immer wo sind immer wo sind wird ich gesperren wie ein klamm der ein bläu noch män ich dachte so die wolf oder die bie die die wöde me das vor der die 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 viel geraten meenten und du wees nicht ob das mich immer geraten so viel te von wach rand so viel geraten war tot und Und das wird das. Eine Angst, die wir haben, merkt die Bibel so, dass wir durch ein Verbreitungsgloss kennen. Und wenn ich sage, ich will mal auch von vertellen, da ist es von einem Verbreitungsgloss. Das ist von der Aufmerksamkeit, die wir hier so wissen. Das ist ein Baum von Angst oder von Sorge. Und das sind all die Warteln hier, die hier sind. Von Warteln sind von all der Angst. Das sind all die Warteln, so viele Warteln, so viele Grateln, so viele Grateln. Das sind die Warteln, was das du hast zu sein von das. Aber das ist alles in Englisch. Ich hoffe, ich kann das nicht wissen, wenn ich nicht alle immer sagen möchte. Und aber das kommt alle, die Angst, die kommt von Stress her. Und dann das nächste, dann wisst du, dass wir haben Trübeln mit den Lieren. Und was das alle, die Bann haben. Das nächste, das ist Trübeln mit einer Anxiety von Ans Sören. Und du ist da so, was das alle mit sich bringt. Und in der Fall, dass alle sich da so, so viele Grateln, du ist da so. Das nächste, hier ist das so, das ist eine Depression. Was alle an Depression, du ist da so, die Downhaft. Und dann du so, was alles in der Depression kommt. Hier ist das so, das ist Addictions. Die kommen von Angst, was unsere Addictions du ist da so kommen. Was kommt, oder, was von den Addictions hast du mit Trübeln? Und du ist da so, das nächste, das ist körperlich. Ich habe so eine Angst und so eine Unvergiftung in mir. Mein Körper, der da ist so ja du in ihr Leben. Und hier so sind verschiedenste Dinge, was hier so abkommt. Was du es dort so sind, von all uns körperliche Leben. Und dort kommt alle hier so von Stress. Und hier ist das so, wie es dort. Das kommt von dem Baum, von Angst. Das, wo das alle herkommt. So, was du mit all diese jäfkige Gedanken, die wir aufgeben. Und wo kost du diese jäfkige Gedanken alle los für? Das jäfkige Leben und jäfkige Gloven. Jäfkige Leuven. Alles ist dort jäftig. Und wo kann ich dort so reich evakuieren? Und hier ist das so, wo kann ich die Angst verhäten? Und dort ist man gelaufen. Mit den Gloven kann ich dort verhäten. Und ich habe hier so auch ein, das, das habe ich euch auf Klassen gehört. Und ich fand das und ich dachte an, das ist ein Mann, das so verhäten und so passend. Und ich würde es noch weiterverdeilen, wenn das ist bloß so weitvoll. Kann ich den Unja-Scheid sein von diesem Baum von Leuven? Wo ren und zwölf die Leuven sind? Und das wird das in uns gehört, wenn wir Leuven haben. Hier ist das, das ist das von der Angst. Die Angst ist das so verkrünseld und so draak und so draal. Und das wird das in uns gehört auch das. Das ist so draak und so draal. Dann werden wir Leuven und das konzentrieren und das ist Leuven. Hier ist das so. Das ist einfach der Baum von Leuven. Und du hast das, das kann ich die Warteln haben. Oh, die gesunde Warteln. Von Glauben, Leuven, gesündet uns hier. In Heulung, in gesündet Gedanken, Gefäulen, und die Dinge, die wir wählen, in Träumen, in der Süd und alles, die sind so gesund und das ist so schmuck. Hier ist das so, das sind all die geladen. Vief, 22 und 23 sind hier ist das so, Ola, hier ist das so und das ist so rein. Weil wir leuven, dass das an Verkrutenskloß hingen, dass das uns immer graten wird und immer graten, immer graten, immer graten, die Geste zu sind. Und bei der Geste zu, dass alle übernimmt. Dass alle übernimmt. Dann, das wo die Friedbahn fängt. Und das wo die Bibel sagt. Das ist die ganze Bibel. Die ganze Bibel ist voll von versprekungen. Was Gott hat, gläufst du dich versprekungen. Ich habe ein Buch, das nennt sich nehnendartig versprekungen durch Heilung für dich ist. Dort du dich kurz annehmen. Und ich würde in Stütz hier drei übersaten und plottischen Nände wären im Englischen. Wenn du interessiert bist von dir, dann kosten die wirklich anrufen und ich lüte dich hören. Und so, wann wir kennen nur all diese Angst. Das erste Ding, was wir kennen dann, ist Kontrolle haben über unsere Gedanken. Wir möchten unsere Gedanken Kontrolle haben in der Unge Christus-Stau. Dort, wo wir dort gewinnen mit dieser Angst. So, wenn wir um die Bibel, um Gott brauchen die Angst zu bekommen, dort wird nichts schaffen. Dort ist einzig mit der Bibel, mit Gott sehen wird. Und Gott sehen wird, dann sein, gerade so steht, in Psalm 105 sagt, Gebe Gott Dank für das Ding, was er hat. Vielleicht denkst du, du bist kein Ding, für was du kannst Dank für sein in deinem Leben. Aber, wenn du mit Gott so bist, er wird die Bildung fangen, du sagst, hast du ein Mohn, hast du eine Früh, hast du Kinder, hast du Gesundheit, hast du Eltern, hast du ihre Schwester. Und so stört sich er dort wieder und wieder. Dort freut er es, wer wird dort schlech, nein, wird wirklich schlech, es. In Römer 12, Versch 21, du sagst Paulus, nein, schlech, wird schlech, es. Und er war kaum, dort schlech, die mit Gaudet. So, wo koste die schlech, die Ewa kaum mit Gaudet? Na, die Bibel koste dort dann. Und das wird Gott will haben. Er will haben, du sagst Gott am Vertrauen. Du sagst am Vertrauen. Wo koste die dort anders, als wenn du ein Sinn, wo er kennt, das ist. Wenn du Gemeinschaft hast mit Gott, wenn du kennt, das ist, wo Gott für dich als durchgebaast. Dort, wo die Bände, die Kraft ist, und dort, wo, wo all diese Geschichten hier sind, dass sie in der Bibel sind. Zum Anzuhalten, den Gelaufen zu streiten, wo Gott sich bewiesen hat. In dem Olden Testament sind sehr viele Geschichten von wo Gott sich bewiesen hat. Wenn wir in Jesu erkunden haben, du sagst Gott, einmal und nochmal, hab nicht Angst. Ich will bei dir sein. Ich will dir Kraft geben. Und das wird er von der auch zu dir und zu mir auch sein. Er will uns Kraft geben, er will du sein, aber wir sind am Segen, so steht Jesus, das so sagt. in Sprechen und verscheuert, drei Tage, wo du sagst, wer noch an was harten, der kann in Fried leben. Der kann in Fried leben und der darf nicht getrubbelt sein mit einer Angst, sodass es in Gott vertrauen kann. Dort wird Gott verhauen, in diesem am Segen. Vielleicht hast du nie großartig eine Krankheit, wo du bei dir bist, vielleicht hast du beim Doktor hier warst und hast Tassen gemerkt und du bist Angst, was waren die Tassen gleich alle erwiesen. und ob wir da die Vertrauen auf Gott sagen, dort Gott wird sich durchkommen. Vielleicht sagst, wort ich die Krankheit noch wei tun? Wollt du erholt für sein? Wollt ich durch sein, wort ich durchgehen kann? Er wird dann, wenn du nicht hast, dort sind alles Angsten, die uns durchnehmen dürfen. Aber das ist nicht, was Gott will haben. Er will haben, dass wir ein Bericht sein und Gott sein Leben wird über uns reden. Das wird er will haben. Krikt, als Jesu, er wird vermutlich auch viel mit seinen Angst gewassen, nicht gewissen, wo das große Volk te leiden, was Mose sagt, was man angebracht hat. Nun soll er noch all den Gericht tun, und dort lohnt alle annehmen. Er wird vermutlich viel mehr mit der Angst zu tun haben. Aber Gott sagt, ha nicht Angst. Jesu sagt, zu seine Gänge, hat nicht Angst. Jesu sagt, zu dessen Dad, die eine kranke Tochter hat, ha nicht Angst über Gläufe. Und das sagt, was er will, zu dir und zu mir seiendet. Gott wird nicht ab an Sagen, wo er uns nicht mit Kraft geben der Krex aus heute in Futter durch die Kraft gebt. Die Gleufe, dass seine Dachter könnte sind worden, das wird heute für die in Familie war. Die Angst wird mal in Fluch, wird die Diefel ab an Sagen da. Aber du mit Jesus starven Abstand neum den Fluch weich. So wie fang wo wir kennen von der Amst weich kommen als der Gott seine vollkommen Leib. ist die Johannes feier saß hier in 17 sagt wir haben dort die Sein in gläubenden haben vertrauen dass Gott uns geht ernst das wird wie selben wollen und du sagst noch länger erfahrt für die Ties hoffen nicht alle über lesen über die kostet die über lesen dort wird du sagst von Gott seine grüße Läuf weil he haben in der 18 erfahr du sagst wer du angst hast der hat nicht ein wirklich vertrauen ob Gott seine läuft was Gott wirklich ist und ich hör das gestern in Smares und so ich sehr viel mal wenn ich eine Botschaft mir reiht für den Smares und so dann habe ich eine Botschaft und ich verhau mich mit Gott sehen wird und ich ein Hör von der Archangels von Gott seine vierste Engel und sie stolzen und wie sind Hecher aus den Engel und wer ist Zutun Zutun ist ein gefallender Engel so wie sind Hecher aus Zutun wie sind meine wir sind Kroff aus Zutun ist so Zutun hat bloß du noch Kroff als du in Echt dem gewend bloß du noch wenn Jacob es sagt war er stud die will und er wird von die gön so wenn wir dem die Kroff weich nehmen und sagen der Kroff ist nicht dienen das meine wird gar mehr gif hat verlet und das ist für mich überzeugen was ich mag es sein und ich mag es sein kicken mal das ist sehr so tun es ein krecher ein kreuz fall aus wo das ist und ab einmal ist die Angst nicht so geraut dann ab einmal ist das vergreit ins kloß dann war dort alles ganz clean hier ist das nicht mehr so geraut aber dort wird ganz clean ganz clean wird du wirst immer kleiner und immer kleiner und dort wird er verhauen und Gott verhauen wir sagen das läuft das läuft das so wo aus und wo aus und wo aus dort wird he verhauen so wo aus und wo na die fing nicht man wo er ist so wo sind und dort kann die blouse von die gemeinschaft haben mit Gott und sehen wird hat einen gesehenden dach in der war hier